Hi, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenegge. Zuletzt haben wir uns ja die erste Dauerserie von Württemberg-Hohenzollern angeschaut. Diese war ja gültig bis zum 20.06.1948, bis es dann zur Währungsreform gekommen ist. Anschließend zum 21.06.1948 wurden natürlich wieder gültige Postwertzeichen benötigt in neuer Währungsangabe. Und dies ist die zweite Dauerserie von Württemberg-Hohenzollern. Und genau diese Dauerserie, die schauen wir uns jetzt mal im Detail etwas genauer an. Vor euch seht ihr die 14 Werte der zweiten Dauerserie, die zwischen dem 21.06.1948 und August 1948 erschienen sind. Bei den gezeigten Marken handelt es sich um Michel Nummer 14 bis Michel Nummer 27. Die Marken waren gültig bis zum 31.12.1949. Auf den Markenbildern selbst könnt ihr schon wieder einige Abbildungen wie von der ersten Dauerserie erkennen. So haben wir hier auch wieder Friedrich von Schiller, Friedrich Höderlin, das Stadttor von Wangen, das Kloster Bebenhausen, Schloss Lichtenstein und natürlich die Barockkirche Zwiefalten. Neu hinzugekommen ist es das Rathaus von Waldsee und Ludwig Uhland. Hier habe ich jetzt einen Brief im Fernverkehr bis 20 Gramm. Der Brief wurde aufgegeben am 07.07.1948 in Tübingen und lief nach Dresden. Der Brief selber treten auf die Sonderleistung Einschreiben, wie ihr links unten an dem Notstempel für Einschreiben erkennen könnt. Das Besondere an diesem Brief jetzt, der Brief wurde freigemacht mit Michel Nummer 14, 17 und 24, also schon mit Briefmarken der zweiten Dauerserie. Aber wenn wir jetzt mal die Wertstufen zusammenrechnen, kommen wir auf 74 Pfennig. Zu entrichten wären aber 84 Pfennig gewesen, weil 24 Pfennig für einen Brief im Fernverkehr und 60 Pfennig für die Sonderleistung Einschreiben. Entrichtet wurden aber nur 74 Pfennig und dies hat zu Nachgebühren bei diesem Brief geführt. Und dies könnt ihr dann auch erkennen, zum einen an dem Nachgebührstempel, der auf dem Brief abgeschlagen wurde, und zum anderen natürlich an der Nachgebühr selbst in Höhe von 15 Pfennig, die vom Empfänger des Briefes dann eingezogen wurden. Auch bei der zweiten Dauerserie gibt es gewisse Besonderheiten. Es gibt hierbei jetzt aber keine Gummierungsunterschiede, wie ihr es von der ersten Dauerserie von Württemberg-Kohenzollern kennt. Hierbei gibt es jetzt Papierunterschiede. Zum einen gibt es glattes weißes Papier mit einer Dicke von 0,07 mm bis 0,1 mm. Und dann gibt es das Besondere, das Z-Papier, was auch bedeutend höher gewertet wird. Das ist glattes weiß-graues Papier mit einer Dicke von 0,055 bis 0,065 mm. Die Papierticke kann ich jetzt euch leider nicht näher zeigen, weil auf dem Scan sind die Briefmarken leider alle gleich aus. Aber ich kann euch die verschiedenen Typen, die es bei der zweiten Dauerserie gibt, etwas näher bringen. Und daher werfen wir noch einen kurzen Blick auf die verschiedenen Typen der zweiten Dauerserie. Links seht ihr Typ 1, rechts Typ 2. Die beiden Marken lassen sich eigentlich ganz einfach unterscheiden von ihrer Typisierung. Bei Typ 1 ist die Fahnenstange auf dem rechten hinteren Haus durchgehend. Und auf Typ 2 ist die Fahnenstange unterbrochen. Bei der linken Marke handelt es sich um Typ 1, bei der rechten Marke um Typ 2. Bei Typ 1 ist wieder der Abfluss an Regenrinne des rechten Hauses deutlich gezeichnet. Bei Typ 2 ist der Abfluss schwach gezeichnet. Und auch beim Kloster Bebenhausen gibt es wieder vier verschiedene Typen. Von links nach rechts Typ 1 bis Typ 4. Bei Typ 1 ist der Brunnensockel gänzlich schattenlos. Typ 2 Brunnensockel mit leichtem Farbschatten. Bei Typ 3 dagegen waagrechter Strich über Sockelunterkante. Und bei Typ 4 ein waagrechter und zirnkrechter Strich über der Sockelunterkante. Beim Schloss Lichtenstein, das ihr hier seht, Typ Nummer 1 bis Typ Nummer 3, ist jetzt ein weiterer Typ hinzugekommen. Besser der ersten Dauerserie gab es nur zwei verschiedene Typen. Gehen wir sie nochmal durch von links nach rechts. Links Typ 1. Vier kleine Tannen am Berghang links neben dem Telegrafenmast. In der Mitte Typ 2. Die beiden linken Tannen zu einem Farbfleck vereint. Und jetzt Typ 3, der neu hinzugekommen ist. Weißer Fleck im mittleren Felsen unterhalb des Schlosses mit weißem Streifen links verbunden. Bei der Barockkirche Zivifalten gibt es auch wieder drei verschiedene Typen. Links Typ 1, Mitte Typ 2 und rechts Typ 3. Bei Typ 1 kräftige, waagrechte Kantenstriche im Säulensockel links vom Portal. Dagegen bei Typ 2 sind es schwache Kantenstriche und Lücke in der Giebelwand rechts neben dem M. Bei Typ 3 fällt dagegen der linke Fußpunkt der Madonna. Ansonsten wie Typ 1. Bedeutet also kräftige, waagrechte Kantenstriche im Säulensockel links vom Portal. Die gerade beschriebenen Typunterschiede und zuvor erwähnten Papierunterschiede führen jetzt dazu, dass aus den ursprünglichen 14 Michelwerten insgesamt 36 verschiedene Werte entstanden sind. Es gibt jetzt aber nicht nur diese Papier- und Typunterschiede, sondern es gibt jetzt auch noch die zuvor in der ersten Oberserie schon erwähnten Bogennummer und Druckdaten. Und hier als Beispiel an der Michel Nummer 26 habe ich einen Auszug aus einem A-Bogen mit der Nummer 06597. Und ein Druckdatum vom 08.07.1948. Es gibt aber natürlich noch die weiteren Besonderheiten, wie schon bei der ersten Dauerserie. So gibt es auch hier wiederum umgezähnte Marken. Mitgebracht habe ich euch hierfür Michel Nummer 15, 17, 18 und 22 U. Diese Marken waren von der Oberpostdirektion nie zur Frakatur freigegeben. Die Michel Nummer 15 ist aber durchaus schon mit einer Bedarfsentwertung auf einem Brief aufgetaucht. Auch bei der zweiten Dauerserie gibt es wiederum Druck auf die Gummiseite. Davon kann ich euch jetzt aber leider keine zeigen, da ich keine in meiner Sammlung habe. Dafür habe ich euch aber noch einen schönen Beleg mitgebracht. Ein Brief aufgegeben in Schweningen am 21.07.1948 und der lief nach Freiburg. Der Brief wurde freigemacht mit zweimal Michel Nummer 18, also insgesamt 24 Pfennig für einen Brief im Fernverkehr bis 20 Gramm, Porto richtig freigemacht. Doch wo ist das Besondere jetzt dran? Schauen wir uns die obere Michel Nummer 18 mal genauer an. Und da sehen wir sie auch schon. Wir haben eine Warze auf der Nase. Plattenfehler Nummer 2 der Michel Nummer 18. In genau diese Plattenfehler der zweiten Dauerserie schauen wir uns jetzt noch einige an. Bei der gezeigten Marke handelt es sich um Michel Nummer 19. Bei dieser gibt es vier verschiedene Plattenfehler. Doch beginnen wir mal bei Plattenfehler Nummer 1. Weiter Abstand zwischen Württemberg und unterer Randlinie, wie ihr auf der Marke erkennen könnt. Bei Plattenfehler Nummer 2, dieser ist bedeutend besser ersichtlich, nämlich Warze über der rechten Augenbraue. Auch Plattenfehler Nummer 3 ist doch sehr gut ersichtlich, denn Punkt unten im W von Württemberg. Und zum Abschluss noch Plattenfehler Nummer 4, der Michel Nummer 19, leider nicht ganz so gut ersichtlich, Punkt im Oval über G von Württemberg. Dagegen kann man bei der Michel Nummer 26 alle Plattenfehler wirklich sehr sehr schön auf der Briefmarke erkennen. Beginnen wir mit Plattenfehler Nummer 1. Hier taucht auf einmal eine Tanne rechts neben dem Schloss auf. Dagegen ist bei Plattenfehler Nummer 2 der Ast rechts oben im Straßenbaum abgebrochen. Bei Plattenfehler Nummer 3 ist ein Fleck über dem P in Deutsche.Pfennig. Dagegen ist beim Plattenfehler Nummer 4 ein Strich unter dem D von Deutsche.Pfennig. Ich habe euch jetzt einige Plattenfehler der zweiten Dauerserie von Württemberg Hohenzollern gezeigt. Gesamtheitlich sind 19 verschiedene Plattenfehler bei der Herstellung der Marken entstanden. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe ihr konntet den einen oder anderen Eindruck für euch mitnehmen und es war interessant für euch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und es würde mich wirklich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Also bis dann. Tschüss.